Tatsächlich ändert das nichts an der Tatsache, dass dieses nochmal eine ganz andere Dimension ist. Schirk ist nicht wie Drogen verkaufen, Habashi. Denn wer Drogen verkauft, hat eine große Sünde gemacht, aber er ist kein Kafir oder Mushrik geworden. Aber natürlich sollst du das sein lassen. Aber wer den Schirk macht, geht für ewig ins Höllenfeuer, ist ein Mushrik bei Allah. Allah, Allah Azzawajal Subh'ana, wird ihm alle seine Taten löschen. Allah Azzawajal hält eine Ansprache an den Propheten Mohammed, Sallallahu Alaihi Wasallam im Koran. Wenn du Schirk begehst, ja Mohammed, dann werden alle deine Taten gelöscht und du wirst am Tage der Auferstehung zu den Verlierern gehören. Alle deine Taten werden gelöscht, ja Habashi. Sei vorsichtig, von wem du das Wissen nimmst. Und noch mehr. Allah Subh'ana Huwata'ala wird dich für ewig in das Höllenfeuer verbannen. Da nützt dir auch dein La Ilaha Illallah nichts mehr, weil du weißt, dass man nicht einen Toten bitten darf und du tust es trotzdem. Warum? Weil dieser Walayadu Billah Irriginde, dieser Führer von diesem Ahbash, einer der Führer, erruft sie direkt in das Höllenfeuer. Und die armen Schafe, weil sie blind folgen, so laufen sie ihm hinterher. Aber die armen Schafe, der führer ihren Köln, der führer will dich für ewig in das Höllenhaan. Und das ist schon immer wieder der Führer, der führer wird dich in das Höllenhaal. Und das ist schon immer wieder der Führer, der führer ist, dass man nicht auch noch nicht mehr entgegen kann.